Die Wiege unserer Getreidearten ist, bis auf Hirse und Mais, vermutlich der fruchtbare Halbmond. Das Zweistromland mit den Flüssen Euphrat und Tigris liegt relativ zentral im alten Mesopotamien. Nur Khorasanweizen, auf den wir noch zu sprechen kommen, hat seinen Ursprung auch etwas östlicher. Getreide gehört zur Familie der Süßgräser und ist daher mit vielen Grasarten verwandt. Fangen wir mit dem Weizen an. Aus dem Zweistromland verbreitete er sich bereits 4000 Verchristi nach Europa und in die gesamte damalige Welt und seit mindestens 10.000 Jahren wird er kultiviert. Sein genetischer Ursprung liegt im wilden Einkorn. Der gemeine Weizen trägt den botanischen Namen Tritikum Aestibum. Tritikum ist abgeleitet vom lateinischen Tritus für gedroschen und der Artname Estivum bedeutet so viel wie im Sommer blühend. Wir unterscheiden zwischen Hartweizen, welcher eine andere Pflanzenart ist, Tritikum durum, der meist für Nudeln verwendet wird und dem gemeinen Weizen bzw. Weichweizen, mit dem gebacken wird. Mit Hartweizen kann man allerdings auch backen. Es gibt noch einige andere Weizenarten, auf die ich hier aber nicht eingehe. 150 zugelassene Weizensorten, also Züchtungen, gibt es bei uns. Weizen wird nicht nur rein verbacken, sondern auch oft mit anderen Mehlen vermischt, um die Backeigenschaften zu verbessern. Dies liegt an seinen kleberbildenden Eiweißen, dem Klebereiweiß oder Gluten. Das Wort Gluten stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Leim. Kommt das Weizenmehl mit Wasser in Kontakt, entsteht ein dehnbares Teiggerüst. Das kennt man vom Pizzateig, den man gut auseinanderziehen oder dehnen kann. Weizenteig ist der strapazierfähigste Teig überhaupt. Weizen wird seiner wasserbindenden und stabilisierenden Eigenschaften wegen auch in Fertigsaußen und Fertiggerichten verwendet. Manche Menschen vertragen das Gluten nicht, das übrigens in fast allen Getreiden vorkommt, mal mehr, mal weniger. Die Krankheit nennt sich Zöliakie. Bei der Zöliakie kommt es zu entzündlicher Schädigung der Dünndarmschleimhaut mit der Folge, dass sich die Darmzotten verkleinern und dadurch Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden können. Unter dieser Krankheit leiden etwa 1% der Weltbevölkerung. Aber der moderne Zuchtweizen, also die Hybridsorten, bergen grundsätzlich Risiken. Zwei Bücher zu dieser Thematik möchte ich euch hier vorstellen. Zum einen das Buch »Dumm wie Brot« von dem Neurologen Dr. David Perlmutter. Der belegt, dass Weizen unsere Denkleistung und unser Gedächtnis massiv angreift. Der genetisch veränderte Weizen des letzten und dieses Jahrhunderts zerstört langsam unser Gehirn. Die möglichen Folgen können chronische Kopfschmerzen, starke Schlafstörungen, Demenz oder Alzheimer sein, führt Perlmutter in seinem Buch aus. Das zweite Buch nennt sich »Weizenwampe« und »Warum der Weizen dick und krank macht« von Dr. Mitt William Davis. Ein Problem des Weizens ist nämlich der glykämische Index. Dieser ist eine Messmethode zur Bestimmung der Wirkung von kohlehydrathaltigen Lebensmitteln auf den Blutzuckerspiegel. Referenzwert ist hier der Traubenzucker mit 100. An dieser Tabelle kann man sehen, dass der glykämische Index des Weizens über dem eines Schokoriegels liegt. Dr. Davis spricht in seinem Buch darüber, dass Menschen, die viel Weizen, so in Form von Fast Food, also zum Beispiel Hamburger Brötchen, zu sich nehmen, nach vielen Jahren eine gute Chance auf einen erworbenen Diabetes, nämlich Diabetes 2 haben. Das sieht man insbesondere in den USA, wo der Diabetes 2 stark verbreitet ist. Wenn da noch Pamfritz dazukommen, siehe Tabelle, muss ich nicht kommentieren. Ich behaupte übrigens nicht, dass gesunde Menschen nun gar keinen Weizen zu sich nehmen sollten, was auch verdammt schwer ist, aber man sollte den Weizenkonsum so stark wie möglich reduzieren. Eine Alternative zu Weizen oder anderem Getreide ist sogenanntes Pseudogetreide, mit dem man auch Brot backen kann. Als da wären Buchweizen, Amaranth, Pinot, Leinsamen, Flohsamen und mexikanische Chia. Recht seltene und unbekanntere Weichweizensorten sind Gelbweizen und Rotweizen. Es handelt sich um Sorten, nicht um eigenständige Arten. Gelbweizen enthält Carotinoide, speziell das Lutein, was ihm die gelbe Farbe verleiht. Die Backeigenschaften sind ähnlich denen des Weichweizens. Rotkornweizen oder Purpurweizen verdankt seine rot-violette Farbe Anthocyanen. Die haben sehr positive gesundheitliche Aspekte, so wirken sie als Antioxidantien. Sie schützen die Augen, die Gefäße und das Erbgut. Das habt ihr sicher schon gesehen. Auf Mehltüten stehen, sofern es kein Vollkornmehl ist, Zahlen drauf. Diese Zahlen geben den Mineralstoffanteil im Mehl an. Je höher der Wert, desto höher der Mineralstoff- bzw. Ascheanteil. Wieso Ascheanteil? Nun, es läuft so. Man verbrennt 100 Gramm Mehl bei 900 Grad in einem Muffelofen und wiegt dann den übrig gebliebenen Rest, die Asche, was den nicht verbrannten Mineralstoffen entspricht. Bleiben von den 100 Gramm 405 Milligramm übrig, ist es ein 405er Mehl. Das 405er gibt es aber nur beim Weizen. Körner dieses Mehls wurden fast gänzlich von der Randschicht und vom Keim befreit. Quasi geschält. Man sagt, ausgemahlen. Ein Vollkornweizenmehl hat die Typenbezeichnung 1700 und hätte damit mehr als das Vierfache an Mineralstoffen als das reine Weizenweißmehl. Ein Dinkelmehl mit dem stärksten Ausmalungsgrad wäre ein 630er, bei Roggen ein 815er. Ergo, Vollkorn ist am gesündesten. Hier habe ich die Randschichten und Keime aus einem Vollkornmehl gesiebt. Dies nennt man auch Kleie. Kommen wir zum Dinkel, der mit dem Weizen direkt verwandt ist. Daher ist sein Gattungsname auch Tritikum. Botanisch wurde Dinkel früher als Tritikum Spelta benannt. Nun hat man ihn als Subspezies, also als Unterart im Weichweizen zugeordnet. Spelta bedeutet Spelz, da die Samenkörner von Spelzen umhüllt sind. Diese Spelzen sorgen auch dafür, dass die so geschützten Körner weniger mit Schadstoffen aus der Luft belastet sind. Beim Dinkel, aber auch beim Hafer und der Gerste verhält es sich mit den Spelzen so, dass diese mit der Frucht verwachsen sind. Beim Weizen und Roggen sind die Spelzen nicht verwachsen und fallen damit beim Dreschen einfach ab. Solche Getreidearten und Sorten nennt man Nacktgetreide. Nacktgetreide gibt es aber durch Züchtungen auch bei der Gerste und beim Hafer. Dinkel, Hafer und Gerste müssen mit Schälmaschinen entspelzt werden, bevor Mehl daraus gemahlen werden kann. In unsere Dinkelsorten ist in der Vergangenheit oft der Weichweizen eingekreuzt worden. Aber es gibt auch Ursorten, die ich immer den anderen Sorten vorziehen würde. Da hätten wir zum Beispiel das Oberkulmer Rotkorn. Dinkel hat gewöhnlich einen besseren Geschmack als der Weizen und er ist auch gesünder. Dies liegt unter anderem an seinem Gehalt an Carotinoiden, die bekanntermaßen auch in Moorrüben vorkommen. Sie zählen zu den ernährungswichtigen sekundären Pflanzenstoffen. Dinkel enthält mehr Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Vitamine der B-Gruppe als der Weizen. Er hat aber auch einen höheren Glutenanteil. Dinkelmehl kann nicht so viel Wasser aufnehmen wie Weizen, da er ist ja eigentlich schwieriger zu verbacken. Aber eigentlich auch nicht. Es bedarf in den meisten Fällen eines Kochstücks oder Brüh- oder Quellstücks. Zerquetschte Kartoffeln gehen auch. So kommt mehr Feuchtigkeit in den Teig. Die ersten Funde des Dinkels stammen aus den Tälern des Ararat-Gebirges und sind bis zu 5000 bis 6000 Jahre alt. Nach Europa kam er ca. 1500 v. Chr. und wird seitdem auch in unseren Breiten angebaut. Eine besondere Form des Dinkels ist Grünkern. Der unreife Dinkel wird geerntet und danach getrocknet und geröstet. Für das Brotbacken ist er nicht geeignet. Man verwendet den Grünkern unter anderem als Graupen für Bratlinge und Klöße. Bleiben wir bei der Gattung Tritikum und kommen jetzt zum Einkorn. Mit botanischem Namen heißt es Tritikum Monococum. Monococum bedeutet einkernig, da die Ärchen nur Einkorn enthalten. Die Ärchen sind die einzelnen Glieder der Ähre. Entstanden ist das Einkorn aus dem wilden Weizen Tritikum Boeotikum. Bei der steinzeitlichen Gletschermumie Ötzi hat man das Einkorn gefunden. Von Allergikern wird Einkorn oft besser vertragen als Weizen. Sein Eiweißgehalt ist höher als beim Dinkel und das Einkorn gilt als eines der gesündesten Getreide, da es unter anderem viele sekundäre Pflanzenstoffe enthält, so das Lutein. Lutein färbt das Brot gelb bis gelblich. Die auffallende Geschmackscharakteristik ist stark nussig. Auch der Emma zählt zu Tritikum, er trägt den botanischen Artennamen Dicocum, was so viel wie zweikörnig bedeutet, denn Emma trägt zwei Körner in seinen Ährchen. Deshalb wird er auch Zweikorn genannt. Er ist ein klassisches Urgetreide. Das Korn wurde bereits vor mindestens 10.000 Jahren angebaut. Vor 8.000 Jahren kam der Emma über Zypern und einige tausend Jahre später nach Mitteleuropa. Man geht heute davon aus, dass er etwa 3.000 vor Christi nach Österreich, in die Schweiz, nach Ungarn und nach Deutschland kam. Ebenso wie das Einkorn färbt Emma bedingt durch Carotinoide das Mehl gelb und sein Geschmack ist stark nussig. Es ist ein sehr gesundes Getreide. Angebaut wird meines Wissens nur das schwarze Emma, es gibt aber auch noch roten und weißen. Die Erträge sind sehr niedrig, übrigens beim Einkorn auch, und entsprechen nur 10 bis 20 Prozent des Dinkels. Somit ist das Korn recht teuer, lohnt sich aber dennoch zu backen. Kommen wir nun zu einem ganz besonderen Getreide, dem Korazanweizen oder Kamut oder Urmut. Vor 4.000 Jahren, vermutet man, entstand diese Unterart des Weizens in der Provinz Schorazan im heutigen Iran und Afghanistan. Genetische Untersuchungen haben ergeben, dass der Korazanweizen eine natürliche Kreuzung aus Hartweizen und einer Weizenwildform, nämlich Tritikum polunikum, den man auch polnischen Weizen nennt, ist. Der botanische Name laute Tritikum turgidum x polunikum. Mit der Zeit verbreitete sich dieser Weizen auch nach Ägypten. Von dort brachte 1949 ein amerikanischer Pilot einige Körner nach Portugal und schenkte sie einem Kameraden. Dieser schickte die Korazansamen zu seinem Vater, der Landwirt war, und sie vermehrte. Aber es dauerte bis 1986, bis der Korazanweizen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Bauern in Montana, USA, gaben diesem Weizen den Namen Kamut, hergeleitet von der ägyptischen Bezeichnung und ließen diesen Namen markenrechtlich eintragen. Somit dürfen nur Bauern in Lizenz Kamut anbauen. In Österreich machte man das anders. Man besorgte sich das Saatgut des Korazanweizens und schuf eine eigene Marke, nämlich Hurmut. Nun war man nicht mehr an die amerikanischen Markenrechte gebunden. Das Mehl lässt sich gut verbacken, allerdings benötigt das Kamutbrot meist, je nach Rezept, ein Autolyse-Teig, auch Quellstück genannt. Bei der Autolyse verquellen Mehl und Wasser, wodurch das Klebergerüst aufgebaut wird. Die Teig-Eigenschaften werden verbessert, die Knetzeit reduziert sich. Gewöhnlich ruht der Autolyse-Teig 30 Minuten oder auch mal eine Stunde. Die Hauptanbaugebiete des Kamuts bzw. Urmuts sind Nordamerika, Südeuropa, aber auch Oberösterreich. Die Erträge sind nicht hoch, dafür natürlich der Preis, aber die gesundheitlichen und geschmacklichen Komponenten machen den allemal wett. Der Geschmack ist leicht süßlich, herzhaft, nussig. Korazanweizen hat einen hohen Eiweißanteil, 30% mehr Mangan und auch mehr Zink und Phosphor als andere Vollkorngetreide. Er enthält natürlich auch Gluten. Die Körner des Korazanweizens sind hart und glasig wie beim Hartweizen, aber deutlich länger. Roggen trägt den botanischen Namen Sekale Cereale. Sekale ist die lateinische Bezeichnung des Roggens und der Artname Cereale bedeutet Getreideliefernd, nimmt aber wohl auch Bezug auf die lateinische Göttin Ceres, der Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, die in der griechischen Sprache Demeter genannt wurde. Roggen war ursprünglich ein Unkraut, das in den Weizenfeldern auftrat. Vermutlich kam er vor 3500 Jahren in unsere Breiten, wo man seinen Wert als Getreide erkannte und ihn kultivierte. Roggen hat einen höheren Schalenanteil als Weizen und enthält mehr Pentosane, das sind Schleimstoffe in den Pflanzenteilen. Der Glutengehalt ist deutlich niedriger als bei Weizen und Dinkel und kleberbildende Eiweiße fehlen. Bedingt durch den höheren Anteil an Pentosanen bindet das Roggenmehl mehr Wasser als das des Weizens. Auch ist Roggenteig dunkler als Weizen oder Dinkelteig, er ist auch aromatischer. Dehnbar ist Roggenteig nicht und er hat eine klebrig-seitige Konsistenz. Indirekt hat es durch den Roggen in vergangenen Zeiten immer wieder schreckliche Massenvergiftungen gegeben. Dies lag am Mutterkorn, einem Pilz, der am Roggen, aber auch an anderen Gräsern wächst. So wird in den Chroniken immer wieder von Mutterkornvergiftungen berichtet, die ganze Dörfer und Städte befielen. Die ersten Berichte über eine wahrscheinliche Mutterkorn-Epidemie stammen aus dem Jahr 857 n. Chr. aus Xanten. Dies betraf vor allem die ärmere Bevölkerung, da die sich fast ausschließlich vom Roggen ernährte. Vierfach wurden die Massenvergiftungen, die sich oft in bizarren Wahnvorstellungen zeigten, den Hexen in die Schuhe geschoben. Was Hexenverfolgungen und Verbrennungen nach sich zog. Passieren konnten diese Vergiftungen nur wegen unzureichender Saatgutreinigung, die übrigens heute gewährleistet ist. Aber noch 1951 kam es in Frankreich zu einer Massenvergiftung, der 300 Menschen zum Opfer fielen. Aus den Wirkstoffen des Mutterkorns stellte und stellt man Lyserksäure-Diethylamide her, das LSD. Mutterkorn heißt der Pilz übrigens, da er wohldosiert zur Geburtshilfe als Wehenmittel eingesetzt wurde. Ein besonderer Roggen ist der Waldstaudenroggen. Er ist die Urform unseres gemeinen Roggens. Er heißt deshalb so, weil er auf Lichtungen ausgesät wurde, um das Wild zu ernähren, vermutlich auch, um es dann besser erlegen zu können. Die Körner sind ein wenig kleiner als die des gewöhnlichen Roggens. Der Schalenanteil ist höher und somit enthält der Waldstaudenroggen mehr Vitalstoffe als andere Roggensorten. Auch der Geschmack ist intensiver. Auf eine weitere Roggensorte möchte ich noch hinweisen, und zwar auf den Lichtkornroggen. Dies ist eine helle, an Weizen erinnernde Sorte und die Kume der Brote ist sehr mild und gelblich. Das älteste Getreide, das die Menschen anbauten, ist die Gerste. Gerste. Anbau fand mindestens schon vor 15.000 Jahren statt. Brotgebacken haben die Menschen damit aber nicht oder nur in Mischung mit anderen Mehlen, denn reines Gerstenmehl ist nicht backfähig, da die Wasseraufnahmefähigkeit sehr gering ist. Gerste hat einen hohen Anteil an wasserlöslichen Ballaststoffen, die regelmäßig zu sich genommen cholesterinsenkende Eigenschaften haben. Hordeum vulgare ist der wissenschaftliche Name. Hordeum ist die lateinische Bezeichnung der Gerste und vulgare bedeutet gewöhnlich. Wieder Roggen trägt die Gerste Grannen. Diese sind gewöhnlich länger als die des Roggens, das ist aber sortenabhängig. Gerste wird bei der gewöhnlichen Bierherstellung verwendet. Dazu nutzt man sogenannte Braugerste, die in den Brauereien zur Malzherstellung verwendet wird. Gerstenmalz ist auch ein Backzusatz zur quasi Fütterung der Hefe im Brot durch den enthaltenen Zucker. Die im Malz enthaltenen Enzyme verbessern die Eigenschaften des Teiges. Ein gutes Rezept für ein Gerstenbrot habe ich im Brotbackbuch Nummer 3 von Lutz Geißler und Monika Drax gefunden. Dieses Gerstenbrot enthält gut 2 Drittel Gelbweizenmehl und knapp 1 Drittel Gerstenvollkornmehl. Gerstenbrot bitte nicht verwechseln mit dem Gersterbrot. Beim Gersterbrot handelt es sich um ein Spezialrezept mit einer ausgeprägten Brotrinde, die dadurch entsteht, dass das Brot kurz vor dem Backen abgeflämmt, gegerstert wurde. Auch der Hafer kam ebenso wie der Roggen, einst als Unkraut im Weizen und in der Gerste daher. 5000 Jahre vor Christi lernte man seinen Wert zu schätzen und kultivierte ihn. Hafer ist für die Gesundheit das beste Getreide überhaupt. Er enthält gut verdauliche Eiweiße, Cholesterinsenkende, lösliche Ballaststoffe, viele Vitamine und Mineralstoffe sowie Spurenelemente und Aminosäuren, unter anderem das Lysin. Der botanische Name ist Avena sativa. Avena ist die lateinische Bezeichnung für die Pflanze und sativa bedeutet angepflanzt. Und es gibt noch einige andere Haferarten. Hafer ist glutenarm und somit nicht backfähig. Lutz Geißler ist es dennoch gelungen. Sein Haferflockenbrot findet ihr in seinem Plötzblock. Haferflocken gibt es in verschiedenen Ausführungen. Als Großblatt, als Kleinblatt und als Zartblatt. Am besten mit Hafermilch zum Frühstück gegessen. Eine wirklich gesunde Nahrung. Hafermilch ist natürlich laktosefrei. Man kann sie kaufen oder selber machen. Dazu braucht man nur Haferflocken und Wasser. Und so geht es. Den hat der Hafer gestochen. Diesen Spruch kennt wohl jeder. Er hat mit Pferden zu tun. Denn wenn diese zu viel Hafer zu sich nehmen, werden sie durch die Energie des Hafers auch energieüberschüssig, unruhig und hektisch. Der zu viel gefressene Hafer wird unverdört ausgeschieden und es piekst im Pferden am Po. Was sie noch unruhiger macht. Aber Hafer ist ein sehr gutes Pferdefutter in Maßen und nur dann, sagt meine Frau, wenn die Pferde in Arbeit waren. Hafer gibt es in verschiedenen Sorten. Eine davon ist der Schwarzafer. Immer wieder heißt es, dieser sei besonders gesund für die Pferde. Kann er durchaus sein, aber es kommt nicht auf die Farbe an, sondern auf die Sorte, die dann durchaus schwarz sein kann, sagt die Tierärztliche Hochschule Hannover. Haferflocken sind auch ein gutes Vogelfutter. Der Mais stammt aus Mexiko, wo er bereits vor 6.000 bis 7.000 Jahren angebaut wurde. Zu uns kam er durch die Entdeckung Amerikas. Dem Mais geht es so wie der Gerste. Er ist nicht backfähig, da er kein Gluten enthält und somit kein Klebergerüst aufbauen kann. Will man mit ihm Brot backen, so bedarf es anderen Mehls zusätzlich. Mais gibt dem Brot gelbe Farbe und einen guten Geschmack. 30 bis 40% Maisanteil in der Gesamtmenge des Mehls ist dann backfähig. Die Hirse ist auch alleine nicht backfähig, gibt aber Broten als Beimischung eine gewisse Süße und Saftigkeit. Auch sie ist ein gutes Vogelfutter. Um Brot zu backen, benötigt man Triebmittel, damit der Teig aufgeht und eine schöne Krume entsteht. Da hätten wir natürlich die Hefe, Frischhefe eignet sich besser als Trockenhefe, und Sauerteig oder beides. Kommt aufs Rezept an. Von Brotrezepten mit zum Beispiel 400 Gramm Mehl und 20 Gramm Hefe halte ich persönlich nicht viel. Solche Turbo-Brote haben durch die große Menge an Hefe eine recht kurze Gehzeit, schmecken dadurch aber oft hefig und können auch schneller brechen. Zumindest ist dies meine Erfahrung. Es empfiehlt sich mit Vorteig zu backen, der benötigt wenig Hefe, aber eine lange Reifezeit, kommt immer aufs Rezept an, aber durchaus 12 Stunden und länger. Ca. 1% Hefe, durchaus weniger für den Vorteig ist okay, aber nicht 5% wie bei obigem Beispiel. Wer ernsthaft sein Brot selber backen möchte, sollte sich für die Sauerteigbrote, die übrigens viel länger haltbar sind als reine Hefebrote, Anstellgut für Sauerteig besorgen. Beim Bäcker fragen oder im Internet bestellen. Das Anstellgut ist die Basis für den Sauerteig. Das mischt man sich an, jede Woche neu, da es sonst schlecht wird. Man züchtet das Anstellgut also immer weiter. Es gibt Roggenanstellgut für Roggenbrote, Weizenanstellgut für weizenlastige Brote und Dinkelanstellgut. Man kann sich das Anstellgut für jedes Mehl heranzüchten, das dauert 2 Tage, Anleitung im Internet. Man kann es aber auch lassen. Ich verwende für jedes Sauerteigbrot immer Roggenanstellgut und jedes Brot gelingt. Mag sein, dass sich die Geschmacksvarianten etwas verändern, aber okay. Der Tipp kam übrigens von meinem Bruder. Schönen Dank nochmal. Schönen Dank. 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 Vielen Dank.